Ökologie und Jagd. Geht das? Ja, in Brandenburg tragen 10.600 Jägerinnen und Jäger des LJV Verantwortung für Artenvielfalt und Artenschutz in einem gesunden Lebensraum. Nicht mit einer Handvoll Patronen, sondern mit Know-how und Engagement. Denn wir tragen Ökologie nicht einfach im Namen, sondern in Herz und Verstand. Gemeinsam für ein gesundes Gleichgewicht im Ökosystem Wald. Gegengeschichten für Fakten. Das Jagdgesetz stoppen. Hashtag Wild Wald Wir.